so hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen der probefahrt test video wir haben geschlagene 2 grad außentemperatur deshalb heute absolut nicht geheizt sondern ganz entspannt gefahren ja und ich war heute eine wunder wunderschöne cbr 600 rr pc 40 echt absolut geil ich werde auch noch mal außen rum gehen dass ihr seht wie schön das ist und dieser dieser klang ist göttlich das müssen wir hier ein bisschen langsamer machen genau das ist die maschine vom kummel von mir und die hat jetzt er hat sie jetzt seit ganz kurzem erst ich glaube der dritte vierte tag dass er fahren darf der dritte tag die ist gedrosselt auf 48 ps und ja das ist die erste 600 supersportler die ich fahre und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin froh dass ich keine supersportler habe weil für mich ist es nichts also es ist zwar so an sich ganz cool du bist wirklich sehr ja du liegst drauf und so weiter aber ja das gefühl ich mag lieber meine naked aber es ist gewöhnungssache also ich denke ich würde hier auch nach kurzer zeit sehr gut mit zurecht kommen was man auf jeden fall sagen kann also die maschine geht auch mit 48 ps auf jeden fall echt gut vorwärts wir waren vorgestern schon mal auf der autobahn da hat die maschine 207 geschafft also ich habe mit ihr 207 geschafft also er hat sich auch recht gut angefühlt verbaut ist hier ein shark auspuff ich glaube der ist stark brutales ding also der sound ist echt absolut krank komplett von allen göttern verlassen ja was da kann man sonst sagen spiegelgriffe sind anders das ganze heck wurde umgebaut das heck hat sieht grandios aus zeige ich euch später zeige ich euch das alles jetzt muss ich hier nur langsam machen weil es ist wirklich arschkalt und ich habe keinen bock diese schöne maschine hinzuschmeißen also ab hier ganz entspannt fahren man kann diese maschine halt sehr runter tourig fahren das ist total angenehm und trotzdem hat sie echt also echt gut druck im vergleich zu meiner sv ist sie doch ein stück langsamer sowohl in der beschleunigung also ja wobei höchstschwindigkeit kommt halt auch ein wind drauf an wenn bei mir auf der naked sehr viel wind ist dann habe ich keine chance aber wenn es wind still ist dann sehr viel also dann sehr gut da habe ich sehr gute chancen ansonsten also der druck den man hier hat der reicht aber wirklich aus also das ding ist echt flott 0 auf 100 soll das ein bisschen unter fünf sekunden oder so 48 49 sekunden machen das ist echt okay was kann man sonst sagen der sitz ist ultra hart das ist wirklich unbequem aber sie fährt sich echt also ich will ja die r1 gefahren wie ihr wisst und die bin ich ja nur gefahren der leistung wegen weil ich halt einfach mal wissen wollte wie fühlen sich 170 ps überhaupt an die sitzposition bei der r1 war noch länger als man lag noch mehr drauf und hier ist es echt okay also ich finde man hat schon gewicht auf den handgelenken das hat man ja aber es ist okay also es ist nicht so schlimm wie ich das dachte vor allem jetzt in kurven merkt man das geht das geht schon echt gut und vor allem obwohl die ja eine sportler ist sie fühlt sich dafür echt relativ handlich an der sound ist also der sound ist geist ich weiß gar nicht ob der so gut rauskommt und rauskommt auf diesem mikrofon aber er ist einfach einfach absolut geil jetzt machen wir mal ganz langsam weil das ist wirklich dreckig hier ja jetzt haben wir eine schleichtour aber da kann ich ein bisschen mehr über das motorrad reden was den wir denn hier überhaupt erst mal gucken wir haben hier eine tankanzeige richtig geil wir haben hier drehzahlmesser logisch geschwindigkeit temperatur trip zähler und eine uhr da ist jetzt ich mir ein bisschen feuchtigkeit rein oder ist ein bisschen dreckig weiß ich ja was sieht man sonst also die maschine sie natürlich absolut geil aus wie gesagt zeigt euch gleich von außen da noch mal wo ist das hier dreckig eklhaft damals war so nicht geplant dachte ich jetzt halbwegs sauber da machen wir mal ganz langsam ich sehe hinter mir wie es staub deshalb ja möchten wir hier nicht so schnell fahren aber was also was hat dieser sound ist wirklich das problem bei dem auswurf ist ein bisschen der erst hat zu laut also so jetzt ist es okay aber wenn man auf der autobahn mal fährt somit 7000 umdrehungen so 130 und chillt dann dröhnt das ding heidewitzgadau also ohne kack da denkst du dich zerreißt oder jetzt zerreißt die ohren sagen wir es mal so wir fahren jetzt hier echt ganz entspannt weil das sieht gar nicht schön aus was hier auf dem boden ist was ist denn hier passiert so dreckige straßen habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen naja genau was kann man sonst über das motorrad sagen ja also es sollte 210 215 gedrosselt top speed schaffen offen logischerweise so 260 270 vielleicht 280 mit ganz viel anstrengung zwischen auf und gedrosselt ist natürlich ein riesenunterschied aber worüber ich auf jeden fall reden kann ist die ja die drossel wie stark merkt man die drossel weil sie ist ja doch also so zwischen kein gas und vollgas liegt ein halb zentimeter würde ich sagen das ist jetzt natürlich nicht so viel aber es ist okay also ich bin schon tausende gegner gesehen da war wirklich dieser gas weg so also wirklich du hast nur auf und zu das fände ich ein bisschen heftig aber hier auf der das ist echt okay also man kann es echt gut fahren auch gedrosselt aber ich finde sie fühlt sich halt nicht so geil an weil das problem ist halt man kann die gänge gar nicht wirklich ausfahren ja nach dem nach dem zweiten gang schaltest du sowieso immer viel früher als der gang überhaupt geht ja und das fühlt sich für halt komisch an meine sv kann ich halt ganz normal ausdrehen wie ich das will und da spüre ich halt die drossel nicht nur aber hier spürt man sie schon relativ stark ja jetzt darf man ganz langsam machen also zum fahrwerk kann man was sagen die maschine ist schon relativ hart also jetzt vor allem auch so wackeluntergrund man merkt schon die ist hart aber ist okay also ich würde damit jetzt auch fahren also ich würde damit jetzt auch über eine huppelstrecke fahren ohne schiss zu haben dass mir danach der arsch blutet so jetzt kommt hier eine richtig eklig kugel also die strecken hier sind natürlich nichts ich hatte gedacht dass es hier trockener ist aber hier man sieht richtig dass der boden noch gefroren ist und ja wir wollen natürlich nichts hier ablegen deshalb machen wir ganz entspannt ich kann leider kein ich kann später noch mal gleich kurz das null auf 100 beziehungsweise null auf vollgas geben es geht hier nur leider nicht weil so wackelig ist und ich weiß nicht ob man es in der kamera sieht aber der boden ist gefroren man sieht dass der boden gefroren ist ja und damit ist eben nicht zu schwarzen deshalb riechen wir hier gerade ein bisschen ja also man merkt schon das harte fahrwerk bei dem bei dem untergrund ja das ist einfach nicht gemacht für so hüppel strecken so jetzt kommen wir hier mal gleich noch ein kurzes 0 auf 100 machen um einen kleinen referenzwert zur mc und so zu haben natürlich wird das jetzt kein perfekter start genauso wie bei allen testfahrten die ich so mache weil ich die maschinen natürlich nicht kennen aber es ist ein grober richtwert also das schöne ist man kann im ersten gang 100 fahren aber was ich noch sagen muss genau bevor ich es vergesse das getriebe von dem ding ist ein traum also ich kann ohne probleme ohne kupplung schalten das ist wie wie dafür gemacht also wirklich ja als ob es wirklich das wäre also ja also das getriebe ist der hammer ohne scheiß meine sv getriebe so ein bisschen da musst du schon mal richtig rein daten dass auch der nächste gang reingeht und du merkst das ist so ich sag mal schön männer getriebe da ist es einfach ein schwer und was ist schwer ging ich nicht aber dann nicht so geschmeidiges getriebe wo es auch schweizig aber das hier das getriebe hiervon ist der hammer und so also geht schon echt gut ab das ding muss man sagen der sauter Der Sound ist natürlich allererste Sahne. Ah, dieser Ständer, gell? Gucken wir uns das gute Stück mal noch an. So wunderschön. Also wir haben alles Hebel, Griffe anders. Es ist sowieso natürlich Special Edition. Und das Heck, also die Lichter sind im Blinker, ultra geil. Also in diesem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.